Die Gestaltungsmehrheit im Remscherder Rat präsentiert heute, wie es bisher gelaufen ist und ein bisschen auch ein Ausblick, was alles getan werden kann und muss in unserer Stadt. Und darüber sprechen wir mit der SPD, den Grünen sowie der FDP. Und ich habe den Fraktionsvorsitzenden der SPD bei mir, Sven Wolf. Sven, wie zufrieden seid ihr in eurer Dreierkonstellation? Also man darf nie selbst zufrieden sein, glaube ich. Das ist ganz wichtig in der Politik. Aber wir haben gut zusammengearbeitet, wir reden viel miteinander. Aber wenn mal eine gute Idee von anderen Fraktionen kommt, dann greifen wir die auch auf. Und das zeichnet eigentlich diesen pragmatischen, undogmatischen Ansatz unserer Arbeit im Stadtrat aus. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was ihr umgesetzt habt allgemein oder auch Sachen, die die SPD wollte, die umgesetzt werden sollten in unserer Stadt? Also uns war das Thema der Investitionen in die Schulen ein unglaublich wichtiges Thema. Deswegen ist es uns, weil wir klug mit dem Geld ausgehaushaltet haben, gelungen, 234 Millionen bereitzustellen für die Investitionen in die Schulen. Dann haben wir gemerkt, das muss eigentlich noch viel schneller gehen. Und deswegen haben wir im Mai vorgeschlagen, dass wir eine Schulbau- und Planungsgesellschaft gründen. Dann kann nämlich die Vergabe auch wesentlich schneller erfolgen. Dann verhandelt quasi ein Praktiker mit einem Praktiker. Und dann geht es hoffentlich bald schneller. Und andere Themen, die wichtig waren aus deiner Sicht für euch als SPD? Also wir haben insbesondere das Thema der Stadtentwicklung. Das kann man an allen Stellen ja sehen. Man kann es am Friedrich-Ebert-Platz sehen. Jeden Tag wird dieser Platz schöner werden. Da freue ich mich schon sehr darauf, wenn er endlich fertig ist. Wir haben auch so viele kleine Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie die Sofortmaßnahmen für die Allee-Straße. Tagelang wurde über die schönen neuen Blumenkübel auf der Allee-Straße diskutiert. Und das finde ich ist ein schönes Beispiel, wie pragmatisch Kommunalpolitik sein kann. Aber es bleibt noch viel Arbeit, um die Stadt auch für die Zukunft zu ertüchtigen, vorzubereiten, was alles für Remscheid ansteht. Was sind so die wichtigsten Themen, was ihr noch in der Zukunft umsetzen wollt? Also wenn mich junge Familien ansprechen und sagen, wir kriegen keinen Kita-Platz, dann darf uns das in der Politik nicht ruhig lassen. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall mehr Tempo machen. Es freut mich sehr, dass es Investoren und auch Eigentümer von Grundstücken gibt, die bereit sind, auf ihren Grundstücken Kindergärten zu bauen. Da führen wir ganz viele intensive Gespräche mit der Verwaltung und auch mit diesen Investoren, damit da mehr Tempo reinkommt. Dazu brauchen wir aber auch Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben ein Fachkräftekonzept aufgelegt, um junge Menschen zu begeistern, dass das ein super Job ist. Und wir merken inzwischen in Remscheid, dass das Thema bezahlbares Wohnen ein immer wichtigeres Thema wird. Der Wohnungsmarkt wird immer enger. Da haben wir aber unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft, die GEWAG, an unserer Seite als sehr aktiven Partner. David Schichel, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Wie zufrieden seid ihr in der Zusammenarbeit im Rat? Sehr zufrieden. Und wenn wir auf die Sachen gucken, schauen, die in den letzten Jahren umgesetzt worden sind in dieser Legislaturperiode, worauf können sich die Grünen freuen? Was konntet ihr durchsetzen? Ich glaube, es geht nicht darum, was wir durchsetzen konnten. Ich glaube, wir haben als Gestaltungsmehrheit sehr wichtige Impulse gesetzt, insbesondere in Fragen der Haushaltspolitik. Wir konnten unseren Haushalt im Lot halten. Die Grundlagen dafür schaffen, dass wir in den nächsten Jahren unglaublich viel investieren können. Und wir konnten gleichzeitig an wichtigen Stellen Stellen schaffen, also Personal zur Verfügung stellen. Insbesondere natürlich, was uns Grüne sehr gefreut hat im Bereich Verkehr, im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Und wenn wir jetzt auf die Zukunft gucken, was sind wichtige Themen für euch, die ihr glaubt, die wichtig sind in Remscheid? Was muss man umsetzen in Remscheid? Ja, wir haben diese Stellen ja nicht geschaffen, nur damit die Stellen im Rathaus sitzen sollen. Die sollen ja auch arbeiten. Und wir werden in den nächsten Jahren sehen, was dabei rumkommt. Wir haben große Stadtentwicklungsprojekte vor der Brust. Ich nenne die Freiheitsstraße, ich nenne die Kölner Straße. Wir sehen, dass hier auf dem Ebertplatz gerade etwas tut. Die Allee-Straße braucht dringend Investitionen, öffentliche wie private. Und da werden wir sehen, wie diese Haushaltsbeschlüsse, die es damals waren, dann auch in der Praxis sozusagen wirken. Sven Schuczynski, Fraktionsvorsitzender der FDP. Wie zufrieden seid ihr bei den Liberalen in der Zusammenarbeit im Rat? Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Und wenn man zurückschaut auf die Arbeit, die ihr als Dreierbündnis geleistet habt, was sind so die Themen, die für euch wichtig waren, die umgesetzt wurden bisher? Da ist zum einen das Thema Wertstoffhöfe zu nennen. Da haben wir beschlossen, dass wir insgesamt zukünftig vier Wertstoffhöfe in Remscheid haben werden. Der an der Solinger Straße bleibt bestehen. Und in jedem Stadtteil wird es einen weiteren Wertstoffhof geben. Und was ich ganz wichtig finde, ist die Schulbaugesellschaft. Da geht es um G8, G9, dass wir endlich die 234 Millionen, die entsprechend für Schule vorgesehen sind, auf die Straße bringen. Und wenn wir in die Zukunft gucken und schauen, was wollen die Liberalen in der Stadt noch umsetzen? Ja, das kann ich natürlich nur für die FDP sprechen. Und da ist es mir wichtig, dass wir insbesondere das Thema Gewerbeflächen nach vorne bringen. Da haben wir 6,5 Millionen für Flächenankäufe im Haushalt letztes Jahr vorgesehen. Die 6,5 Millionen würde ich gerne investiert sehen. Und von daher hoffe ich, dass wir da jetzt zügig zu einem Ankauf kommen und dann dort Gewerbe entwickeln können. Sven, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Also, dass die Reaktionen der SPD, der Grünen und der FDP zusammenarbeiten hier im Rat.